Ja, moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Contation. Mit mir dabei der Steffen. Hallo. Hallöchen und wir spielen mal wieder PvP. Auf einer Map. Äh, auf der wir schon mal gespielt haben. Da waren wir aber zu dritt. Ich muss leise reden. Wenn ich sonst Zombies hören und das ist schon der Fall, ne? Toll, super, ich freu mich. Ich freu mich ja total, hey. Okay. Alles klar. Oh, geil, ne AR-12. Ich hab ne Remington 700, Bitch. Oh, Mann. Wer es nicht weiß, ist das ne Sniper. Ich hab die Feuerwehr, Axt. Nee, ich hab ne Sledgehammer. Komm, wir tauschen. Ja, würde ich gerne machen, aber ich vertraue dir nicht. Oh, fuck it. Ich höre nicht schreien. Was, du hörst mich schreien? Nee. Du hast jetzt grad geschrien, ne? Ja, hab ich gehört. Ja, nee. Ich hab auch ne Remington. Ja, toll. Jetzt hab ich wieder total Angst. Alter, wo hab ich dich grad schreien gehört. Du musst total in der Nähe sein. Hör doch auf. Ich will nicht sterben. Du weißt, wo ich bin. Nein. Jetzt hast du wieder so Paranoias. Vorhin schon, als wir gespielt haben, privat. Du weißt, wo ich bin. Du siehst mich. Ich hab total Schiss. Ich hab total Schiss. Jetzt hab ich gehört. Alter, wie nah bist du bei mir? Ich will nicht. Bist du in nem Haus? Leicht. Warum ist da die Tür offen? Bist du auch in nem Haus? Äh, ja. Eventuell. Könnte das der Fall sein. Dass ich in nem Haus bin. In dem's momentan ne Baustelle gibt. Die aber außer Betrieb ist. Ey, ich hab total Angst. Ich bewege mich nicht vorm Fleck. Ich bleib jetzt einfach in diesem Haus. Ganz ehrlich. Ich hab total Schiss. In wem's eine Baustelle gibt, du bist bestimmt bei mir, du blöder Wichser. Du bist auch in nem Haus mit Baustelle? Ich bin in nem Haus, ja. So, sag ich mal jetzt. Baustelle, ja. Sag dir das einfach mal so. So, ist das überall so? Was, überall so? Überall. Also, es hat überall Arbeitslichter und so? Okay, nein. Da bin ich nicht. Nein, nein. Bei mir ist was anderes. Fuck you. Wieso hast du gerade wieder was gehört, oder? Alter. Nee. Um Spaß zu spielen, mach mich total fertig, weil ich kann's nicht ausstehen, wenn ich weiß, dass einer... Oh Gott. Du hörst mich, gell? Nee. Du hörst mich. Nee. Warum hat sie... Weil, weil ich... hab ne Tür aufgemacht, da hab ich rausgeguckt und da sah ich so ein Stück von einem Zombie und ich dachte zuerst, das wäre ein Mensch. Ich hab halt total Angst. Ich hab schon wieder ein Sledgehammer gefunden. Fick dich. Ich will ihn aber nicht. Fick dich. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht. Fick dich. Hörst du das? Nee, ich hab grad nichts gehört. Alter. Alter, ich hab Angst. Six-Timer-Munition. Yes. Ich bleib einfach nur in diesem Haus. Fertig. Nee. Alter. Campen und so. Okay, ich geh. Ich geh nachher raus. Kannst looten, sag ich nix, aber campen, dann sag ich was. Alter. Ich hab mir jetzt schon in die Wurzeln geschissen. Alter Junge, was soll ich... Ich weiß es nicht. Ich hätte hier so eine geile Waffe auf Nahkampf. Ein Shotgun. Nee, nee. Nimm nicht. Eine MP5K. Ich hab auch grad was Interessantes gefunden. Und wisst ihr was? Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, lieg jetzt meine Nahkampfwaffe weg und baller einfach die Zombies weg hier draußen. Na, Pitsch? Hörst du's, hä? Hörst du's? Ja. Natürlich hörst du's. Weißt, wo ich bin. Du weißt es genau. Weiß ich nicht, mein Freundchen. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo du bist. Wirklich. Ich weiß nicht. Ich lüge mich nicht an, du weißt es. Mein Problem ist halt nur, dass sie hier gar nicht groß wegkommen, weil sie halt überall Zombies hat. Laber nicht so viel. Okay. Hä, wo sind jetzt die Zombies? Nicht bei mir. Du bist genau in der Nähe von mir. Ich weiß es. Alter, vielleicht weißt du, wie laut die Schüsse gerade waren. Wirklich? Ja. Verdammt laut. Ich hab total Schiss. Jetzt hab ich jetzt schon... Alter, ich weiß nicht, wo du bist. ...tausendmal gesagt. ...tausendmal gesagt. Oh, Mensch, ey. Das Game ist so assi. Das Game ist wirklich assi, weil ich will halt... Ich hab so einen bestimmten Drang. Ich will... ...verdammt... ...nochmal nicht verlieren. Okay. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Nein. Hast du in eine Granate geschossen? Geworfen? Ja. Klar. Wirklich? Ja. Was denkst du denn? War ein Zombie. Hey, ich hab total Angst. Ich weiß halt nicht, wo... Du hast du also gehört, ne? Ich hab sie gehört, ja. Nein. Ich hör dich total laut schießen. Hey, der Zombie stirbt nicht. Überlieb halt alles. Okay, ich renne jetzt einmal über die Straße, ne? Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Wieso weisst du... ...wo du hin musst? Ich hab rausgefunden, wo ich hin sollte. Ich hab ne Scheibe gehört. Und ich hab dich schreien gehört. Und ich weiß, glaub ich, auch, wo du bist. Ach, hier sind die Scheiben kaputt. Hey, ich will nicht sterben, Alter. Ich auch nicht. What the fuck. What the fuck? Bist du abgehauen? Oder... Oder... ...ins Haus, einfach. Der kriegt's irgendwie nicht hin. Der kriegt irgendwie nicht hin. Du weisst genau, wo ich bin. Das glaub ich halt. Das ist einfach zu doof. Du weisst genau, wo ich bin. Natürlich weisst ich, wo du bist. Alter, das gibt's nicht. Hör auf damit. Aber guck, dann gleich. Aber du campst ja dann irgendwo. Nee. Nee, nee. Eben nicht du campst gerade. Ich bin gerade nicht am campen. Ich such gerade den besten Weg. Wo hab ich denn das gesehen vorher? Ich hab hier ein super... ...dienst gesehen. Wo ist sie? Wo war das? Hä? Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Ohne Spaß? Ich hab jetzt langsam keinen Bock mehr. Wo... Wo bist du? Ich hab was gehört. Hast du gerade irgendwas gemacht? Hast du? Hast du? Ja, hast du. Ich weiss nicht, wo du bist. Das stört mich. Der Zombie nervt. Der ist reingekommen da? Ich dreh durch. Ehrlich, wo bist du? Hast du die... Du kriegst Besuch. Hast du die Bretter hier zugenagelt, oder wat? Du kriegst Besuch, hab ich gesagt. Der nächste Zombie kommt. Weißt du, du wartest da draußen, oder wat? Bis ich rauskomme. Nee, ich hab nur gar gesehen, dass du ein Zombie erschossen hast. Und dann hab ich... UAH! Du verdammter Wichser! Alter, das gibt's ja nicht. Ich hab voll auf dich ge... Alter. Warum hast du mich gesehen? Ich bin um die Ecke gelaufen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, du bist genau auf mich zugelaufen. Ich bin um die Ecke gelaufen. Alter, ich bin da schön am ducken. Wollte schön den Zombie erschießen, damit ich sagen kann, ja, ich hab ihn jetzt hier getötet. Da kommt der um die Ecke. Alter, da hab ich mich erschrocken. Scheiße, mein Herz. Ja. Aber sowas von... Ja, ich hab die ganzen Bretter zugenagelt. Alter, yo. Und dann hast du gesagt, ich hab eine Scheibe gehört. Dann bist du da rein. Aber wahrscheinlich. Dann hast du gesagt, ich hab einen Slashhammer. Hab ich gedacht, ah ja, jetzt bist du hinten rein. Oh, verdammt. Weil ich bin hinten raus. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Alter, mein Herz. Das ist doch gar nicht lustig. Ist ja gar nichts passiert. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das war ein bisschen langweilig. Wir haben jetzt gar nicht gekillt oder so. Ja. Nur ein bisschen so am... Ja, Leute. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und auf Wiedersehen. Und dann... Vielen Dank.